Meinst du, meine Stadt ist zu klein? Wie kommen die da drauf? Wie kommen die da drauf? Ich hätte hier so gern die ganze Gegend platt gemacht. Ja, 17. Ja, 18. Ja, 18. Um, close the gate. They are attacking the walls. My heart. They are attacking again. They are attacking the walls. They are attacking the walls. Was ist das? ja gut wir haben ein bisschen mauer eingerissen ich bin hier gehen wir gehen was ist jetzt? die Leute sterben wir sind durchgebrochen aber sind nicht weit gekommen und darum geht es ja letztendlich ich meine die stadt existiert ja noch auch auch ja 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 da hätte ich gerade den summer rufen können also die beschworenen einheiten ja auch ja 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 Oh ja! Sure. There. Royo. Sure. They are attacking the walls. Ich höre doch irgendwo ein Katapult schießen. Da ist es nicht. Sie ist genau. Die Strecke sind untertitel. Wir haben die Strecke sind untertitel. Wir werden die Strecke sind untertitel. Oh, ja. Grüß dich, Transformer. Grüß dich, Transformer. welches loch in der verbauten wand ach du meinst das hier da sollte ein mauerstück drin sein nein wir sollten die leute nicht füttern wenn wir leute füttern kommen noch mehr es ist nicht gut für die wirtschaft ja stellt euch mal vor ihr kommt in der stadt rein und bekommt da was zu essen das ist ja furchtbar aber wirklich steinwände oder sowas kann ich noch nicht upgraden oder da 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 also ich finde ich klag mich aktuell nicht schlecht würde ich meinen gut es liegen ein paar leiche im ort rum aber wir haben doch einen toten gräber dafür kommt er nicht hinterher doch wir haben jetzt 21 tote von 256 ja gut aber ich tippe mal dafür brauche ich dann hier townhall 2 und das ist glaube ich in der demo nicht vorhanden wir spielen ja aktuell die demo version und 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 wir haben 68 pro tag hinbekommen 78 er hat gesagt wir brauchen wir haben 76 oh ja They are coming. Backup, backup, wir brauchen mehr Backup. Summon! Summon! Ich meine, wofür sammeln wir die Kristalle? Die sind hier oben schon, Ron. Die sind hier oben schon, Ron. Die sind hier oben schon, Ron. Das sieht auch sehr gut aus. Gut, ein bisschen Schwund ist immer, aber... Ja, schön. Tor auf. Raus. Raus. Mitkommen. 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 Ja. 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 Ja.